hallo hier ist martin von meine marquise das die dax analyse für nun freitag den 20 10 2023 und ja unser dax hat die ganze rasselbande langsam zusammen es wird der eindruck immer eindrucksvoller wie er sich weiter nach unten durch beißt und kommen den zielen immer weiter wir haben das nächste ziel abgearbeitet bekommen bei 14 89 habe mir das gestrige video nicht noch mal angeschaut die gehe aber davon aus dass wir auf jeden fall darüber gesprochen haben dass sie auf die grünen stundenkerzen achtet wir haben bestimmt auch darüber gesprochen wo das konterpotenzial liegt wenn er durchtreibt ich denke man war nicht schlecht dran wenn man sich unten an den grünen stundenkerzen zumindest erstmal ausgenommen hat auch wenn er nicht weit gekommen ist aber kam ja wenn ich das richtig so gesehen habe immer noch zwei drei hinterher dann so dass man wieder in die 15 100 reingetrieben hat dann hat sich dort auf rot umgedreht und ist dann sogar schlussendlich hier noch einmal komplett bis nach unten durchgefallen ans letzte tief auch an ist in dem sinne jetzt interessant weil unser dax ja eigentlich auch gerne mal ein doppelboten anspielt wird aber ein schwieriger doppelboten auch auf der kombination auf dem freitag würde ich fast eher davon ausgehen dass das nicht klappt heißt aber nicht dass es nicht klappen kann woran würdet ihr es erkennen ihr würdet es erkennen wenn ihr von der ersten minute direkt nach oben los treibt ja und wirklich jetzt nimmt das auch nicht immer so genau es gibt immer so viele die sagen auch martin ja der war hier bei 59 jetzt war hier schon bei 49 das kann aber kein doppelboten mehr sein nein also das ist wirklich ein doppelboten den siehst du selbst im tageschart da ist das pups egal selbst wenn ich sag mal ja das sind dann auch von 39 29 nach oben zieht und der rammt hier eine tageskerze jetzt nach oben wäre das trotzdem formalen richtiger doppelboten also dass die chance die hatte definitiv noch da sollte man aufpassen wenn also von wirklich von beginn an anfängt nach oben zu drücken und zu treiben dann sollte man sich darauf einstellen dass es zumindest probiert auf den doppelboten anzuspielen und wenn er den doppelboten ausspielt hatte hier wirklich potenzial bis 15.600 auch noch mal zurück zu kommen also das ist ein ganzer meter sollte man also nicht ignorieren wichtig wären von unten dann als erste station so der bereich von 15.000 bis 15.050 ja das wäre auch eine zone wo es sich noch mal anders überlegen könnte ja das heißt steigte uns rein tut so wie es wenn man den doppelboten anspielen und klickt dann von hier schöne rote stundenkerze nach unten dann wäre das auch noch mal signalgeber für short und dann eben hier noch auf neue tiefs mit zu schwimmen sollte er höher gehen müsste über die 15.100 rüber ja und da würde man dann auch den doppelboten versucht definitiv schon erkennen also wenn er uns jetzt hier von beginn an hoch geht und er geht über 15.100 muss man jetzt nicht direkt lang rein weil er wird trotzdem noch mal kurz zurücksetzen und dann rüber steigen ja aber ich sag mal jedes höhere hoch was dann über 15.100 gebildet wird ist dann auf jeden fall in richtung doppelboten szenario und richtung 15.600 zu betrachten ob es dann die 15.600 auch wird das muss ich zeigen aber hier 15.100 bis ich sag mal 15.120 das ist so knackpunktbereich alles was drüber geht macht uns den dax dann wieder gefügiger richtung 280 300 340 und auch mehr ja muss aber so auch erst mal kommt es nicht und dann drückt es weiter runter ist hier das letzte ziel noch erreichbar von unserem roten kästchen ja die 14 830 hat man jetzt auch so gesagt dass das eigentlich das favorisierte szenario ist also das weil das einfach so oft gemacht hat die letzten tage wochen und monate diese kästchen auszuspielen ist nicht immer so im dax ja aber hat irgendwie so jedes gefühlt jedes jahr immer so ein standard pattern was man ganz oft sieht am letzt jahr waren zum beispiel ganz markant und typisch diese politischen keile die man wirklich on mass gesehen haben überall immer wieder ganz 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 viele verkeilungen sieht man jetzt eher seltener zumindest so dass sie auch richtig aufgehen dafür sind wir halt diese käsen überall und wir als trader ja insbesondere wir müssen uns halt stetig den markt anpassen ja das heißt ich kann es mir als trader eben nicht erlauben mein fixes setup zu 100 prozent immer durch zu prügeln auch wenn der markt das überhaupt nicht mehr annimmt auch wenn er gar nicht mehr reingreift ich ein verlust nach dem anderen mache kann ich auch nicht drauf bestehen und sagen ich ziehe das immer durch und man muss schon ein bisschen gucken weil was funktioniert gerade gut am markt woran springt er gerade gut an und das sind eben die kästchen ja heißt jetzt auch nicht für euch dass ihr bei 14 830 blind einfach reinhauen müsst weil das ein todsicherer trade ist ja die formulierung kam jetzt die letzten tage auch schon mal bei uns an sondern wirklich gucken dass dort auch der markt reagiert eine unkleine umgekehr zeigt irgendwie anfangen zu drücken anfangen zu schieben wenn man sowas sieht dann kann man das probieren sich schon tief absichern dann geht man kleines risiko ein wenn das nicht klappt dann tut das nicht weh und wenn es dann klappt dann kann man eine gute strecke zurückspielen und gute strecke zurückspielen heißt dann auch wirklich so 15.000 15.050 in der ersten instanz und dann muss man gucken ob er die 100 hier nach oben geknackt kriegt wenn ja dann ist auch mehr drin sollte das aber nicht hinkriegen und er rutscht uns hier drunter weg kommen eigentlich gleich mal noch ein pfeilchen hier mitnehmen weil viele denken immer die letzte zahl die der martin nennt da hört dann die analyse auf und sind dann völlig überrascht wenn es dann doch tiefer geht wie jetzt dann doch tiefer haben wir hier unseren aufwärtstrend bei 14.700 ziemlich genau ja 14.700 liegt der primäre aufwärtstrend seit letztes jahr november der von den tiefsten die wir im november letzten jahres ausgebildet hatten hat er der da ziemlich starken anstieg dann auch hingelegt und diesen sieht man diese aufwärtstrend dienen lande die jetzt bei 14.700 und dort würde ich eben dann entsprechend auch noch mal genauer hingucken ja es wäre ein schöner bereich um auch noch mal unverhofft nach oben zu zucken ansonsten sind runter die nächsten stationen dann 14.630 bis 14.600 das soweit die untere perspektive oben ja haben wir eigentlich auch schon gesprochen ja dann sind wir eigentlich sogar durch ja tageschart haben wir im grunde untergeordnet damit betrachtet es geht um den trend ja es geht auch noch mal um diesen channel ah der ist jetzt wirklich tief gefallen da hat man glaube ich 77 gestern gesagt jetzt ist schon fast 7.50 und dann haben wir auch hier weiterhin den aufwärtstrend im bereich um 700 das heißt wenn unserem dax jetzt hier kein doppelboden gelingt auf der ebene naja doppelboden wäre natürlich echt cool ne wird er hier vom doppelboden hier oben ran spielen wird dann die 600 hier kurz zurück dann raus trendbruch und dann ja auch das endrallye so wird es laufen wenn er es denn so spielt ja und wenn er den doppelboden nicht annimmt dann werden wir nicht drum herum kommen hier nochmal vielleicht sogar richtung aufwärtstrend zu legen kann passieren dass er dann von 830 erstmal deutlicher gegen arbeitet ja dass er die 830 anspielt sieht man aus tagesebene jetzt leider nicht 830 anspielt rücklauf bringt bis gut und gerne 15 100 vielleicht sogar ein bisschen mehr und dann von 830 15 100 nochmal runterkommt und nochmal ähm anlauf nimmt und noch ein tieferes tief steht und dann diesen abwärtstrend torpediert ja also wenn er jetzt das käsen spielt als das auch nicht jetzt die welt zu ende ja wenn das käsen spielt dann kommt dann hier so zurück 15 50 vielleicht 15 100 dreht sich dann hier nochmal um können dann hinten rum hier trotzdem nochmal eine welle nach hier unten treten vielleicht dann so ein drittes rotes käsen bauen das haben wir jetzt auch schon mal gesehen die letzten male da müsste aber ganz schön hoch guck mal damit das dann passt dürfte aber auch kleiner werde ich würde es eher so erwarten dass er wenn er hier runter spielt dann bis hier so zurückläuft maximal und sich dann wieder aber das gucken wir uns dann an wenn es soweit ist jetzt geht es erstmal um den freitag und ja den haben wir denke ich ausgiebig besprochen von daher würde ich das jetzt hier zu machen wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss ne sonntag tschuldigung hören wir uns sonntag wieder für den montag dann bis dahin tschüss hören wir uns